Link, das heißt, die Links kann man hier nicht leveln. Oh, ich habe ja so eine Angst vor euch. Nicht. Dilidididin. Hier kann man gut seine Commands und vielleicht auch normale Level leveln, je nachdem. Level leveln. Ja, aus Arcanum kam er nicht wirklich zum Einsatz im Kampf gegen den Boss. Die Freeze. Bam. Ich weiß schon mal, wenn es mich nervt, wenn ich unterbrochen werde. Ja, bring ihn. See ya. Die Freeze. Und Runde 1 geschafft. Und das Lustige ist, ja, man behält seinen Command-Style und was auch immer man gerade hat. Während den Runden. Natürlich auch den HP-Stand. Ach ja, wie gesagt, man kann hier nebenbei ziemlich gut leveln. Ähm. Soll ich mir mein Heal vielleicht aufheben? Ich meine ja nur. Ich kann nicht unterbrochen werden, während ich Deep Freeze einset, sehe ich gerade, weil die haben mich angegriffen. Oh Gott, nein. Oh, ich mache euch mal schnell so platt. Bam. Einfach alles auf dem Bildschirm killen. Oh cool, ich kann auch während of Arcanum nicht unterbrochen werden. Oh, ich habe einfach den Angriff gekonnt, aber. Das gibt es mir immer mal schön wieder. Komm her, greif mich an. Dankeschön. Und frier ein. Und ich gehe gleich ganz kaputt. Oh, fuck. Revenge Raid. Das sehe ich im Übrigen auch als Kommando. Als Angriffskommando natürlich. Ach, sieh. Macht natürlich viel mehr als Schaden, wenn ich es auf ein Gegner einsetze, aber. Bam. Okay, es friert nicht den ganzen Bildschirm ein, aber ziemlich viel vom Bildschirm. So, na komm, Runde 3. Ach, schon Bossrunde, okay. Dödem. 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 Hallo, Iron Prisoner 1. Dödem. Dödem, dödem, dödem. Der geht eigentlich noch. Der ist noch relativ einfach. Ach, ich sollte das mehr. Ich sollte das timen. Oha, jetzt rastet er aus. Ach, da ist der Käfig. Sein Iron Prison. Die Freeze. Und Aero, aua. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Bosse hasse, die nicht slagern. Ich meine ja nur noch mal so nebenbei. Der hält aber trotzdem ziemlich gut aus. Ja. ICH. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Wie ich ihn gerade verarsch. Haltwecks. BAMSEN! Und da war Kapuzki! Yeah! You win! Ja. Als Belong bekommt man Medals. Und Level 2. Ja, wie gesagt, jedes Mal wenn man eine Mission bewältigt, gibt es ein Level ab. Eine neue. Oh, gleich mal Weaver Fever. Noch hinterher. Mehr kann ich anscheinend noch nicht machen. Das pisst mich jetzt schon an. Das heißt, dafür müsste ich andere Sachen... Äh, guckt euch die Arena an, dann wisst ihr eigentlich schon, wer der Boss hier ist. Naja, warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Ja, okay. Oh, das geht ziemlich arg. Gutsch. Ah. Too fast. Lame. Ars Ikanum! Nicht mal was treffen würde! Fuck! Nein! Ah! Bam! Bam! Ragnarok! Bam! Bam! Wenn ich Ragnarok mal voll rauslassen könnte... Nein! Freeze! Runde 2! Das ging ziemlich schnell! Bring it! Bring it! Bring it! Ah! Uh! Und ja, Deep Freeze bringt selbst gegen Eisgegner was, weil er jetzt halt so verdammt mächtig ist! Ey! Und Cyclone! Einfach alles kaputt machen! Runde 3! Ja! See ya! Das lustige ist ja, Ars Ikanum gehört zu den Kommandos, die man nicht beim Moogle kaufen kann! Ich glaub, man kann wirklich nur charakterspezifisch hier nicht beim Moogle kaufen! Ich bin wieder Cyclone! Nein! Ich will Wingblade! Geht weg! Ha! 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 Bring it! Und... Ja! Und Boss runter. Es ist niemand anderes als natürlich der gute alte Wheelmaster. Den wir ja mit Tven eigentlich gar nicht kennen. Ja. Fuck you, Mr. Fee. Ja, musst du genau dann springen, wenn ich losgeleg? Ja, genau! Au! Ich will eigentlich blocken, aber passt schon. Ja, klar! Ja, toll. Schön, wenn es nicht trifft. Komm her, du Mistvieh! Ah, sehr schön. Bam, bam, bam! Bosskiller! 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 Oha, jetzt rasselt er aus. Mal hier und zwingen durch. Deep Freeze! Ey, es trifft sogar. Fuck you! Und tschüss! Ja, oder auch nicht. Scheiße. Doch. Yeah! Hahaha! Am Arsch ist Wheelmaster. You win! You win! Jeha! Und damit Arena Level 3 erreicht. Wo wir jetzt schon mit Arena Level 3 wären, könnten wir jetzt schon Sinister Sentinel herausfordern. Wer eigentlich... Ja, warum nicht? Erstmal gucken. Jupp, ich stehe auch ein Blick kurz vorm nächsten Level ab. Äh, äh, ja. ASR Kahn braucht verdammt lange zum Leveln gehen. Genauso wie Deep Freeze. Wie gesagt, es sind zwei Slot Commands. Und zwei Slot Commands brauchen nun mal Ewigkeiten zum Leveln. So, tun wir mal Thunder Surge gegen Quick... Mh, habe ich nicht ein normales Blitz? Ne, habe ich nicht mehr. Gut, dann muss ich einen Quick Blitz nehmen. Und Aero Charge noch. Das brauche ich trotz allem. Ich will ja nicht drauf gehen. Naja, gut, lass uns mal so real quick... Mh. Fire Surge und Fire Surge kann ich bestimmt nicht kombinieren. Naja, whatever. Wird schon werden. Ja, ich kann ja nur kaufen. Ich kann nichts verkaufen. Aber eben können wir sich zum Beispiel auch... Auch wenn es Ewigkeiten dauert. Unlock this by reaching Arena Level 5, ja. Das sind zum Beispiel Tickets, äh... Mit denen man auch Kämpfe freischaltet. Oder mit denen man Arena Kämpfe einmal machen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn man genug Medaillen hat, kann man sich bei ihm hier... Äh... Schmelz... Äh... Ability Items. Ich nenne die jetzt einfach Ability Items kaufen. So, neues Event. Arena Modes. Wenn man es schon drauf haben, können wir... Ich sinister Sentinel gleich noch herausfordern. Wow, wer könnte da wohl der Boss sein? Hm, ich hab keine Ahnung. Wir werden es sehen. In der nächsten Folge. Nein. Ich bringe es jetzt noch zu Ende. Oh yeah. Oh yeah. Mensch, die Mucke kennen wir doch. Wieder... Retrofeeling. Fuck you. Also, ich kann um Level 4. Fuck. Das ging daneben. Sie freeze. Nix getroffen. Scheiß Schatten, ey. Ich hasse sie. Schatten durch Verschnitter. Ja. Ja. Aber... Und... Was? Achso. Ich ging daneben. Ja. Ja. Ah, Evoa. Level 3. Ach, komm, Scheiß drauf. Cycloon. Fuck you all. Liegt der immer noch. Aua. Gut, dann fritt halt ein. Und Airflare 3. Bam. Ja, den hat Move hab ich auch noch freigeschaltet, die ich vor uns trainiert hatte. Und bitteschön. Level up. So ziemlich sicher. Ah ja, ich hab's immer alle aufm. Was müssen wir mal in Heilung reinhauen? In Heilung? Gehen die Dinger bringen Command zu Null. Warum richtig? Weil sie sich feige, wie sie sind, verstecken. Ah. Ah. Yes. Ja. Hm. Ah. Ja. 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 De-Freeze. Die Dinger. Die Dinger. Ja. Come on, come on! Yes, sir!